Ja, Eddie, Edmund hier, hallo. Ich bin hier wieder mit Walter unterwegs und bin hier irgendwo in Witzenhausen oder bei Witzenhausen in so einer Grillhütte. Da werden wir heute Nacht schlafen. Die Strecke, da hat man sich so eingerollt mittlerweile. Popo geht, Strecke, naja, viel schieben für 100 Kilometer, 10 Stunden ist schon eine Ansage, denke ich. Und alle, die es hören, alle, die mich verfolgen, grüße ich hiermit ganz herzlich, vor allen Dingen meinen alten Ex-Chef. Und ja, bis morgen. Ciao.